Ja moin, machen wir weiter mit Technomancer. Und zwar müssen wir irgendetwas vom Prediger holen. Mein Leben des Parishoners ist nichts von dir. Du bist nicht einer von ihnen. Und trotzdem nehmen sie die Freiheit, um sie zu verabschieden, basiert auf deine politik verabschieden. Du bist nicht ein Verbrauch. Du bist nur einer von diesen pragmatischen Cynikern. Eine schlechte Szene. Ich möchte, dass du etwas erinnerst. Dein Sohn hat die Leute getötet. Alles, um ihn selbst zu sehen, wie ein von den Gästen. Erinnerst du das? Du denkst, dass er immer noch sein würde, wenn es nicht für mich wäre? Das ist wahr. Du hast eine große Heilung, das ist eine kardinale Vertue. Du bist nicht das Monster, die Leute mir beschrieben haben. Denn die Verbrauchten kamen für mich zu finden, und mich gegen dich verabschieden. Sie sagten mir, dass du dein Geist verabschied hast. Aber jetzt sehe ich, durch ihre Geist, aber einige Mitglieder meiner Flocken verabschieden. Die Verbrauchten von diesen Lieden haben sie einen Geist über den Rest, um dich in den Sonnen zu setzen, der wir sagten, dass du deinem Vater war. Du weißt, dass du dich verabschieden hast, mein Sonn? Dein Leben ist in Gefahr. Der linken Sollbocken. Ich habe noch sein Sohn verschont. Wir haben niemandem gesehen, er soll in die Sonne gehen. Das sind sie, die den Leuten Gift geben. Dreckensack. Das sind hier. Handler-Infos. Okay. 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 Sorry, pal. Can't go through. Priest ordered a... Aha. Dann halt. Warte kommt schon nicht runter. Das Wisein ist schön angelegt von dem Spiel, weil du immer maximale Umwäge musst laufen. Jetzt komme ich da auch nicht rüber. Irgendwo hätte ich noch die Leute runterlassen müssen. Ich weiss nicht wo. Mal schauen, ob der noch Baupläne hat. Oder sie. Auch nicht. Ich weiß nicht, ob der noch Baupläne hat. Ich habe eine Information über einen Karavan, der von Ophir kommt. Ja. Ja. Die Merchanten, die nicht sind. Ja. Ich wusste den Karavan. Ja. Und ja. Der, der, der wiederkommt, wie er ist. Aber es ist sicher, wie er. Wie er ist. Das könnte sein, aber es scheint, dass alle die Merchanten verwendet wurden. Ich weiß nicht, aber sie sind nicht von hier. Aber es ist nicht so, dass sie ihre Geräte verwendet wurden, sie fragen, ob die Gäste, und die Verhältnisse. Kannst du sie mir sagen? Ich könnte, aber ich kann nicht. Ich will nicht. Ich will keine Involvement. Ich will nicht werden. Ich will nur sagen. sie wurden normaler Kunden seit ich zurückgekommen. Sehr gut. Ich will nur einen Blick auf deine Kunden für einen Moment. Danke. Jetzt wieder auf der anderen Seite. Die Panzerkröte, die zeigt es mir leider nicht mehr an, wo ich sie geben kann. Und mir wahrscheinlich schon bald wieder alle Aufträge durch. Das ist so. Er kann über keinen Stein laufen. Das ist so. 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 Das, was man hier auch zudem ist. Das ist so. Ich hätte schon gedauert. Ich kann wieder auf die Leine von diesen Onnit. No, forget it. I don't even want to know. Scares the hell out of me. Rather not know. Fair enough. Thanks. So we know the spies are embedded in certain groups, but to find out who the spies are among them, we're going to need to keep a constant eye on all of them. Can't do it on my own, though. Going to need all my brothers and sisters to take turns so we can stay discreet. I can't do it on my own. They can do it on my own. Sie haben das nicht geholfen. Und wie Sie bereits wissen, das ist nicht eine gute Sache. Wir haben gerade von ihnen geteilt. Warum können sie uns nicht alleine verlassen? Was? Was wollen wir damit machen? Die meisten von ihnen sind schrecklich. Sie sind schrecklich zu unseren Macht. Ich verstehe deine Frustration und deine Angst. Ich war nicht da. Und ich will nicht einmal vorstellen, was sie durchführen. Ich weiß nicht, aber wir sind keine Angst. Wir sind Militär. Wir kämpfen. Und ich werde schrecklich sein, wenn wir ein paar Schrecklich aus der A.S.C. mit Schmerzen. Zechariah, ich entschuldige, aber das ist einfach nicht ein starkes Argument, um die Angst zu fallen zurück in ihre Hand. Und durch das, was wir durchgeführt haben. Wir haben die Charisma. Wir haben unsere Angelegenheit. Es ist eine Mission, die ich dir als Ihr Großmacher. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig es ist. Es ist nur die Präsenz des A.S.C. mit Schmerzen, die unsere Schmerzen zu riskieren, und unsere Ordnung mit ihm. Sehr gut, Großmacher. Wir haben Ihre Wissen. Was würden Sie uns machen? Von dem ich kann sagen, die Spie haben ihre Weg in drei Gruppen. Aber wir können nicht weitergehen, bis wir wissen, welche Mitglieder der A.S.C. sind. Moles. Die Spie haben sich selbst als mercenaries. Religiös Zealots. Und sogar Merchants. Dann werde ich ein paar Augen, um zu halten, auf diese Gruppen zu halten. Danke. Wenn Dinge weitergehen. Ich bin in Gefahr, dass ich tatsächlich liebte Technomancers. Ich würde lieber mit einer Mol-Queen, als mit Victor. Oh, komm mal! Ja, gut. Technomancers sind eher wie Locusten, als eine Mol-Queen. Ich glaube, die Beispiele ist nicht fair. Ich komme gleich richtig lang. Jetzt sollten wir den Top ausgeschlafen sein. Hier kommen wir mehr. Mehr Erfahrungspunkte. Hat das schon etwas herausgefunden? Noch nicht. Jetzt ist der Tafel auch gar nicht hier oben. Ah, immer ist er hier oben. Jetzt ist er natürlich am anderen Ende von Nap. Oh Gott. Oh. Mehr Infos bekommen. Über das Gott. Sehr schön. Das hat sich doch wieder gelohnt. Die anderen Technomancers sind bearbeitet. Die sind weg. Die sind weg. Schatzgott. Wird mir das auch angezeigt? Ich müsste es hier beim Ausgang zeigen. Irgendwie Teilssache nicht. Der Mulwurf wird einem Mann angezeigt, den ich jagen müsste. Unser Viech. Das geht auch nicht. Das ist alles gut. Und ich muss einen Patienten finden. Fuck, und die Tablet. Aber ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin nicht mehr so ein paar Leute. Ich würde eigentlich verflogen. Jetzt zeigts mir das. Ich will die Schlauchten. Hier wäre auch ein Panzerschildkröter. Sehr geil. Dann müssen wir herausfinden, wie wir zum Weiterreisen kommen. Dann schaffen wir es nochmals ein Level aufzusteigen. Dann gehen wir in die Schlucht. 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 Ich habe jetzt viel zu entdecken. Dann schaffen wir garantiert noch einen Aufstieg. Dann gehen wir in die Schlucht. 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 Dann müssen wir den Kampfstil wechseln. Dann gehen wir in die Schlucht. Hier und zwei Pistolen. Pfeffer nicht. Jetzt wird jemand verhitzt. Hey. Gut. Jetzt kämpfe ich nur mit Stab. Ich könnte die anderen Fähigkeiten auch mal verbessern, damit ich hier viel bringe. Jetzt kämpfe ich noch andere Waffen. Jetzt kommt die Schacht rein. Jetzt kommt die Schacht rein. Jetzt kommt die Schacht rein. Die Schacht rein. Wenn dein Schacht nicht wert ist, ist es auch nicht wert für mich. Ich bin zu einem Angst. Soldaten? Abundanz hat sich die Parasite zu lange gedauert. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein paar von den Leechungen verhindern. Nein! Stopp! Hör auf mich! Ich mach mich! Wenn ich nicht in, werden sie ihn töten. Leute wie das machen, sind die Techno-Nads. Ich mag das nicht. Zack, du kam. Ich dachte, dass es alles vorbei war. Danke dir. Ich wollte dich nicht sagen, was du hier machst. Warum hast du weggekehrt? Ich... ich verraschte Abundanz. Ich hoffe... Insofern... das war's. Ich bin sorry. Er versucht mich zu retten, du weißt. Er wollte dich wissen, wo du dich finden hast, aber ich habe nichts gesagt. Ich verstehe nicht, wie du hier bist. Insofern wir zurückkommen. Du bist in schlechtem Form. Ich kann nicht herausfinden, was Scott in der Desert mit Alan macht. Ihr Better find some witnesses who saw what happened. Get to the bottom of it. Das war's. 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 Vielen Dank.